Seh nur, der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Erstmal möchte ich meine Axt wieder haben. Und darf ich meine Axt nicht mehr widerrufen? Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Vielleicht mit der anderen Seite? Oh ne, es geht schon. Nice, er ist wieder aufgeladen. Lichtpfeiler. Sie haben Lichtpfeiler erhalten. Schießen sie auf Leuchtkristalle, um dieses Pfeilfeilblicht zu verleihen. Weiß ich, also macht er wenigstens ein bisschen Schaden oder was? Er hat gar kein Zeichen gegeben, ne? Er hat einfach geschossen, wie mir Beliebte. Die Treppe ist blockiert. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Ah, hilft er uns. Ich kann jetzt den Lichtkristall einfach hier reinwerfen. Und du kannst hier draufschießen. Ups. Haben wir da oben eine Brücke gebaut. Können wir jetzt noch ein Lichtkristall finden oder können wir hier hoch? Liegt hier noch einer rum? Können wir den wieder rausnehmen? Ja, kann man. Hm. Das heißt, wir hauen den erstmal hier rein und kriegen dann wahrscheinlich eine Verbindung. Darüber geht die Verbindung. Das bringt uns herzlich wenig. Wenn wir hier hinten draufschießen. Was ist denn du denn? Hey, was machst denn du da, Rotflöffel? Was, kann man hier hochklettern? Oh mein Gott. Ah. Ja, manchmal, manchmal muss ich dir sagen, Juri, hilfst du halt doch. Der Gänsehaut bekommt ein bisschen, warum, weiß ich gar nicht. Okay, dann müssen wir den halt doch wieder hier reinhauen. Dann ziehen wir jetzt hier drauf. Hey, hier können wir hoch. Ich sollte halt wirklich mal besser auf die Ruhe achten, ne? Also, es ist halt... Ja, können wir später wieder zurück. Hier holen wir uns erstmal unseren dicken Loot. Aber nicht, wenn ich irgendwas interessantes drin sein oder so. Nicht immer irgendwelche... What? Zelt ein Zauber. Weil du ziehst den Schaden, den haben wir doch schon. Schöne Kacke hier. Hier geht's hoch. Der Kleine soll ich mir mal ein bisschen weiter hinterher jetzt, oder? Sind wir jetzt... Sind wir jetzt wieder zurück? Das hat uns jetzt ja nichts gebracht, oder? Da hat uns jetzt ja gar nichts gebracht, was wir gemacht haben. Oder sehe ich das falsch? Oder haben wir hier irgendwo noch einen Kristall rumliegen, den wir brauchen? Ja, what the fuck? Also, mit dem Kristall haben wir das angemacht. Rüchtet mir jetzt so irgendwie nicht so ganz ein. Rüchtet mir irgendwie so gar nicht ein. Vielleicht ist hier wirklich noch irgendwo ein zweiter Kristall versteckt und ich hab ihn einfach nicht gefunden. Was ist hier da? Hier drüben noch drauf schießen? Dann gehen wir jetzt mal hier links lang, oder? Sorry. Aber wahrscheinlich... Ne, das ist ja nur der ganze Weg zurück. Oh mein Gott, machen seine Pfeile jetzt endlich Schaden, oder was? Sehr gut. Harvey, üstel! Ich bin jetzt jetzt mal, was ich beautiful? Und es scheinbar! Hey, Mann! Oh mein Gott! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Kannst du das? Oh! 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 hier ist was ja das ist ja alles klar jetzt habe ich auch alles verstanden im endeffekt ein bisschen komisch habe ich im brain lag gehabt aber was das jetzt soll aber jetzt leuchtet es mir auch ein bisschen nervig gemacht teilweise aber naja geht schon im endeffekt ich kann die kristall nicht rausziehen wenn er noch oben drauf läuft so kleine rätsel gemacht die sind jetzt nicht so schwer aber es ist auch nicht so direkt einleuchtend wie man wo man hin muss man kann schon mal da drauf schießen jetzt sprinten wir wieder nach oben ich verstehe nicht warum man manchmal welche großen hindernisse hier hoch kommen aber dann wieder auf der anderen seite können wir halt so irgendwie kleine eine sachen nicht hochklettern oder ohne probleme überwinden komisch gemacht teilweise aber das spiel dich in der richtung drängen oder nicht in der richtung drängen sondern in der richtung gegeben wenn der das level lösen soll ist aber es ist ein echt kacke wenn da seid wirklich eine güte kannst du stehen bleiben ja im endeffekt sozusagen komisch ist auszudrücken weil hier ich hätte das glaube ich auch ohne das ding hochlaufen können okay ich habe nichts gesagt jetzt liegt er mir bin dumm erst mal erst mal looten er soll denn die ganzen gegner kommen looten das ist ganz wichtig ostschaden wir wollen das nicht sehen merke aber wie die wie die gegner weniger schaden bekommen ich deutlich aber sie bekommen weniger schaden hallo kann ich doch aufheben oder klar nicht hier rein also hier nicht jetzt anmachen mal her hat sich was ein rätsel liest mal vor scheißhaus einfach nur so geil gemacht alles ja was denn nun hallo bisschen hinzugefügt klasse mal ein tagebuch jetzt bekommen muss ich den jetzt von dort unten hier bis nach oben tragen ich muss die drei dinge wieder kaputt machen mit einem ich glaube das könnte von hier oben gehen ich muss ihn auf jeden fall von unten holen oder habe ich hier hinten noch einen rumliegen ich muss den von unten holen macht er mir die brücke da dann kann ich die achse rein schießen und dann alles kutschi aber ich kann mit dem ding sprinten wir wollen eine stunde nach oben ich brauche eine stunde nach oben das ist auch nicht eine dumme idee von dem kleinen ne wenn wir das ding überall hinnehmen dann aber mein er kann ja nichts machen wenn ich das ding trage aber du kannst schon mal da drauf schießen jetzt hier hoch jetzt kann ich hier rüber gehen jetzt kann ich von hier alle drei durchtrennen auch hier haben wir wieder haben wir wieder die drei ruhen die wir zeitlich aktivieren müssen die wollen wir ja auf jeden fall machen weil wir ja dadurch diese komischen äpfel kriegen dann guckt da ist noch eins das ist sozusagen das zweite und da ist das dritte das heißt eins zwei dann machen wir hier noch drei oh das war zu langsam und in den horn okay blutmähde ist ein seltener trank der die rage verstärken soll also diese super fähigkeit man findet die insgesamt neun hörner mag ich verschlossene druhen das haben wir gemacht jeweils drei gesammelt die maximale rage erhöht wir haben das jetzt frei gemacht das heißt hier können wir den rausnehmen immer gespannt ob sich das am ende auswirkt ob man das braucht als ihr das wisst können dass wir in die kommentare schreiben man am ende wirklich jetzt hier die ganzen sachen braucht oder ob das ja mehr oder weniger optional ist wie komme ich da jetzt hoch er kann ja die schale erreichen oder ja wie ist hier ein weg nicht gefunden den ich hier durchgehen kann warte mal warte mal warte mal warte mal hier muss der rotze hoch oder habe ich doch gewusst dämliche rätsel sagte es geht die tür doch auf geht eher aus wie so ein siegel oder geht das jetzt doch auf ich kann sie aufmachen das ist der punkt animation einmal hochschieben wo kommt er auf einmal her hier grinst hier brauchen wir schon mal kümmern wir zum boot zurück und da und dann torki ich hasse den kerl er wird zurückkommen bist du wo unser boot steht ich habe es vergessen müssen wir wirklich wieder hier runter siehst du einen anderen weg also wir hätten schwimmen können oder ich wenn ich schwimmen können dann kann ich mich hier nicht drehen kacke welche richtung sind wir wo ich sie kommt die taschenlampe wieder her ja es gibt licht das muss reichen deine pfeile bringen sie zur strecke aber nicht für deine pfeile feuer niemals zu schnell wenn man mich was laberst du abla hier saßen wir schon mal vorhin und da kam man ja nicht drüber ist das jetzt hier so ein teleportier ding muss man da jetzt gemacht okay es sind mehrere die wir hingehen können wenn es raus sind welche die richtige ist wir gehen einfach mal hier lang geht gar nicht es geht auch nicht mitmachen geht auch nicht kann nicht sein kannst du uns was sagen hier gehen wir jetzt endlich ja wohin sollen wir gehen geht es hier vielleicht gar nicht weiter mal nicht ah was warum geht das nicht geht nochmal jetzt geht es um mich glaube ich gerade die ganze zeit die axt irgendwie auf so szenen in der hektik weggeworfen ja hätte ich die ganze zeit nichts gemacht außer da die gegner blöd an sie gucken äh alter komm mal her hier ist nischt das heißt wir müssen in der mitte weiter kriegsbeute lass mich raten das ding hier dürfen wir wieder mitnehmen willst du den kristall auch wieder überall mit hinnehmen wenn es sein muss meine güte du nervst mit deinen fragen wieso raffst das doch selber was wir hier machen müssen ist das so schwer zu verstehen gehst du mal auf den sack sorry aber ist wirklich nervig oder mit seinen scheißfragen die ganze zeit uuuhh schieß mal lieber hier den typ ab den können wir natürlich jetzt nicht mitnehmen weil dann kommen wir nicht mehr hier drüber aber wir sind ja gleich schon wieder am anfang ja ich will auch hier raus es sind noch heiler hoffentlich heißt das nicht dass jetzt hier noch irgendwelche ja man denkt man will sich einfach zurücklehnen ich bin im neb oh 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 erst mal zurück zu dem kleinen rotzau wieder. du brauchst halt gar nicht so viel schaden erlitten jetzt mit meinem super rage modus den habe ich richtig vermöbelt. noch mal auf den kopf treten nein das kann nicht sein was hat er gesagt es war ein schwerer fehler ja